Vielleicht kann das auch dir helfen, der Fjord. Der Fjord. Du, ich hab ja mal eine Hypnose gelernt. In Norwegen. Dadurch brauchst du den Ort des Begehrens gar nicht zu suchen, denn er findet dich. Ich habe mir auch keine Erfahrung gemacht. Ich weiß noch, das war in Norwegen gar nicht. Sie stand nicht vor meinem Verstorbenen. Da saß ich und dann bin ich geflogen. Das Licht am Ende des Tunnels. Und ganz leicht und hoch fliegen. Da ist alles. Und immer schneller, immer schneller. Ich war ganz leicht. Ich war ganz leicht. Ich war ganz leicht, streifelig, vor Augen und vor Augen. Und ich wusste ganz genau, das ist nicht mehr, dass es in dieser Situation ist. Ich war ganz leicht, streifelig, vor Augen und vor Augen. Ich war ganz leicht, streifelig, 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 vor Augen.